Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer Schnell-Obe-Dying-Light-Bad-Blood. Wir probieren es wieder. Es ist wirklich, es ist so ein geiles Spiel. Ich kann es jedem empfehlen, kauft es. Es wird 20 Euro nicht teuer. Glaube ich, dass es 20 kostet. Auf die Wishlist, kriegt ihr eine E-Mail, wenn es im Steam Sale ist. Aber das ist schon ein geiles Stück. Macht wesentlich mehr Spaß, mir zumindest, als die ganzen anderen Tesser Royale. Nicht so langweilig. Wenn man ein paar Gegner auch hat. Besser ist. So. Hive, da oben. Ich weiß, da kommen wir gleich ab, oder? So, Ringen gelöst! Weiter geht's. Ich liebe diese Wegen. Hoppla. Blah, waffel, blah, waffel, blah, waffel. Nee. Spiderman! Spiderman! der tipp da drüben nervt mich am meisten Amore piece ist eingesackt Na komm her. Scheiße. Ich wollte wechseln. Ich dachte, ich wechsel die Waffe nochmal, aber wenn man die einmal zündet hat, geht das glaube ich nicht. Oh, das war's wieder mit meiner Heilung. Na komm, hau hin. Hm, das ist so gut, die Taktik aus. Au. Ah, scheiße. Mein Problem ist, ich sterbe an dem jetzt. Wow. Oh, das mein Hinspringen funktioniert gut. Das werde ich öfter machen. Ich glaube aber bei dem anderen geht das nicht bei dem mit dem Panzer rum. So kämpft wer. Kann auch gern. Beobacht das mal. Ah. Ah. Um. Ah. 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 das hilft mir nix ich kann das medkit jetzt nicht nutzen also ich bin besser im laufen weil sehr und noch mal oh das war lafen zwei ja beide hauen ab Wow! Brennt er jetzt in dem Raum da rum, oder? Insofern wurscht, ich nehme mal was mit. Fehler von vorher mache ich nicht mehr, dass ich da irgendwo stehen bleibe und schau zu. Und warte, ob sich der bewegt und auf einmal schießt er eine Granate nach. Mal da ganz woanders hin. Jetzt upgraden wir gleich. Das ist ein Hiving, wo? Oh, da, ein kleiner. Das ist ein Hiving, wo? Oh, da, ein kleiner. Oh, na, der große steht da neben. Da war ich das letzte Mal. Kann sein. Ich glaube, der kann da nicht her schlagen, oder? Nö, kann er nicht. Oh nein! Oh! Oh, das ist schon überall. Oh! Oh! Oh, da. So viel. Der muss da, wenn schon ganz ran, ja, wenn er ganz ran ist, trifft er beim Schlagen das Dach. Ist er gerade weglaufen? Puh! Noch ein Halft da hinten. Weißt du was? Den lasse ich, den mit dem Scheißspucker lasse ich jetzt irgendwem anderen. Sollen sich die damit quälen? Schauen wir uns erstmal den da an. Was es da gibt. Ah, toll. Ist das gleiche wieder. Uh, die Armor Pieces sind nicht schlecht. Vielleicht sollte ich sie doch öfter killen. Voller Armour ist da ja auch nicht mies. Mein Problem ist, ich bin extremst weit weg. Also ich war schon oft weit weg, aber über 300 Meter ist schon sehr weit. Das ist auch ein Spawn Pech mit dem komischen Huberer da. F**k! Ist er schon dort? Nein! Nicht! 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 Super. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst es da ab und ein Like da. Bis dann. Ciao.